und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge youtubers live viel spaß beim zusehen ähm, Mädel mach's selber dann von morgen, Gameplay auch wenn das wahrscheinlich nichts bringt mehr, weil die Ische ein bisschen man gewartet hat jetzt muss ich, ah, das war's mit dem Video fang an, willkommen auf der Präsentation von Nelistic River Junior das ist ein Adventure-Spiel, wir werden es wie ein O-Pad-X-Segren auf was bringen, ey Prüfen, wo kommt das Spiel in der Werte von gut, ey Gameplay für 2 Euro am 12. April, toll oh, hallo Agareth ist aber auch wieder für du oh, mein Computer, ich kann meine Videos nicht machen, ich hab, konntest du ja, akzeptieren und direkt Missionen kann ich nicht ok dann gehe ich einfach mal einfach mal hierfür press posieren und ab geht's bitte 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 Schatz was what ok ok natürlich wenn du sagst natürlich oh gut ich muss dann halt direkt wieder gehen sportlich und weiß da, bitte ich kann nicht mit dir tanzen mach ich das einfach ich kann nicht mit dir und wartet uns hoffentlich ja ist jetzt gar nicht mal so viel hier ist auch einfach nie ein Gamer dabei, dann brauche ich ja noch nicht gehen, ich kann nicht mehr mit ihr tanzen, dann chr Markus wovon jetzt brauchst du prüvii, prüvii oder auch nicht mehr machen das ist nicht ja ich will ja nicht sagen aber die machen überhaupt nix bin ich wieder der einzige der was macht der kanal platz 2 ist ich brauch ungefähr 2 millionen ok ich hatte ihn jetzt für den speedrun aufgelegt jetzt habe ich das video für dich hier hallo Schatz das ist das ist das ist das ist das ist du hast den speedrun gemacht du hast den auftrag erfüllt nicht an dem pixel jetzt habe ich gar nicht dazu das ist 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 ist das ist das ist muss ich mich noch ein bisschen drum kümmern wie das geht das ist nicht so ganz so ist möchte die bewerben hallo und mal spielen zu perfekt aber hier so wenig geld ich will noch irgendwen als mitarbeiter haben wenigstens einen noch ich habe keine ahnung wo ich mitarbeiter hinweg krieg und ich bin schon runter gekommen steigen hilfe okay das kann ein bisschen dauern muss ich gestehen ah hier warte das ist gaming wie ein gamer muss doch hier sein das sieht wenigstens so cool aus ok an 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 ein Einmal das. Oh, das war... Oh. Sauber, ich... Sauber, du machst jetzt auch mal weiter. Sauber. Sauber. Ah, wir werden uns dort treffen. Yay. Ja, okay. Akzeptieren. Hi. Was machst du? Ich habe schöne Klamotten und ich kann es nicht widerstehen. Okay. Was macht dich denn jetzt? Was ist der eigentlich? Also, bei YouTube reden. Hier. Sag ich mal her, Kollege. Wow. Hast du gut gemacht. Workstation 2 automatisch. Ja, macht ab. So, das war es mit YouTubers Live. Ich bedanke mich für das Zusehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann.